Damian Brunner, Sie haben heute alles, um glücklich zu sein. Ein grosser Sieg und drei Toren gegen das alte Team. Ja, ich glaube, in der Situation, in der wir sind, ist es sicher gut, dass wir wieder mal drei Punkte holen können. Dass es mit dem Goal klappt, ist sicher doppelt schön. Aber ich glaube, es ist eine gute Ausgangslage für das Wochenende, für das Heimspiel vom Monat. Jetzt versuchen wir morgen eine gute Leistung abzuwerfen. Und diese drei Toren gegen Lugano, was bedeutet für Sie? Ich weiß nicht. Es ist schön, wieder mal mehr als ein Goal geschossen zu haben. Das ist eine Zeit her. Dass es gerade drei sind, ja, auch das ist eine Zeit her. Und von dem her ist es sicher doppelt schön. Also Stürmerhatter geschiessen ist immer schön. Danke vielmals.